Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal SpaghettiTV. Heute haben wir einen Special Guest dabei, nämlich den Leon von It's Leon. Ja Leute, mein Name ist Leon und ja, ich bin vom Kanal It's Leon. Wir spielen unter El Clasico, ich bin Real und er ist Barca. Wir haben das ganze Video auch nochmal auf seinem Kanal gedreht. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Link ist in der Videobeschreibung. Puuu! Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt, also wie wir beide gegeneinander spielen. Schnell natürlich im Santiago Bernabéu. Im Sturmschlagenden Ball. So ist Suarez jetzt auf der rechten Seite. Ja und in der Mitte ist Messi. Nein, Mann! Messi, Leon und Messi. Oh, das war schon so für ihn. Mit dem Tor, mit dem krassen Jubel. Schnell über Messi, Pepe muss das gewinnen. Der Ball kommt noch nicht perfekt an. Aber das war jetzt mal gut. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, der muss dritten sein. Was? Ziemlich viel Glück für mich. Äh. Das war sehr glücklich. Die Chancen gehen jetzt nicht rein. Egal, Mann. Wir kommen direkt wieder über. Der muss jetzt drin sein. 1-1 der Ausgleich. Okay, Mann muss schon sagen, dass der Ausgleich ziemlich verdient ist. So, jetzt wollen wir mal den... Oh, gut gemacht von James Rodriguez. Und Ronaldo mit dem Longschutz! Oh, der geht wieder ein 2-1. Der Ball wirklich rein, ey. Als ob da das Tor zugekleistert wäre, wenn sie mal auf Bale... Auf Bale... Gareth Bale setzt sich durch. Nein, was ist das? Iniesta, Suarez. Komm, Suarez, setzt sich durch. Nein, 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 nein. Komm, Suarez. Ach, schade, den hat Amos. Suarez jetzt wieder. Was spielen wir hier für Fehlfälle? Oh, Suarez, please, Suarez! Was ist das hier, ey? Das gibt es nicht. Mit dem 2-1. Jetzt liegen wir schon wieder hinten, ey. Okay, wenn wir vorne die Chance nicht machen und hinten solche Fehlpässe spielen. Aber jetzt kommen wir wieder. Vielleicht. So. Okay, Neymar. Neymar. Er spielt den Suarez. Als ob ihn jetzt, dass ich das so... Was? Und Suarez macht den nicht rein. Suarez. Luis Suarez. Ey. Luis Suarez. Jetzt haben wir richtig Lack nur noch. Kommen wir überhaupt nicht mehr durch. Ronaldo. Wo ist Bale? Raus auf Cover. Hal. Und Bale kriegt das dann nicht mehr. PP. Was machen wir damit, Neymar? Vielleicht noch eine Chance, wenn er Halbzeit hat. Nein, der Schiri meint uns nicht mehr. Die Chance wegnehmen zu müssen. Man sieht es irgendwie schon an der Statistik. Er hat zwar mehr Schüsse. Ja. Okay. Der Ball will bei ihm einfach nicht reingehen. Na ja, Suarez, du triffst das leere Tor nicht. Also, ich will mich mal hier nicht beklagen über die Chance in der Wertung. So, Neymar jetzt wieder kommt mit der Flanke auf Suarez. Oh mein Gott. Da gibt es Elfmeter. Computer. Computer. Was ist das? Es gibt noch nicht mal rot. Aber was macht der Computer da für eine Scheiße, ganz ehrlich? Das ist doch nicht mehr normal hier. So, der verwandelt dann sicher das 3 zu 1 schon. So. Ja, jetzt wird der Derby und bin ich mal angezeigt. Mal egal. Schafft ich dir jetzt den Sieg? Ich bin 2 von 2. springt aus jetzt muss jetzt hat bemer forschung ein bisschen vor die alber pace ich in den strafraum rein abgestoppt ball auf benzen da steht schon wieder einer was das ging die noch mein gott jetzt müssen wir einfach mal das war sehr schön gespielt was und dann spielt er den ball so hin und hat das ding noch nicht mal ach und jetzt ist endlich drin 20 minuten noch jungs das schaffen wir hoffentlich noch das verdiente tor wir werden es gleich wahrscheinlich auch in der statistik sehen dass ich ja gar nicht reichst du hast du halt das muss ein freischuss sein ist jetzt ende nein come on spaghetti tv hatte noch mal die chance gekommen über groß und er wird sofort egal noch eine chance und hallo komm setz dich bitte jetzt einmal geht es hier noch in die verlängerung da machen sich einfach unsere beiden spieler jetzt aber schnell hier ronaldo noch mal vielleicht es geht in die verlängerung oder sollen wir direkt elberschießen machen ja kommt direkt ok dann machen wir direkt dass es mir ja ich hatte drei schüsse aufs tor hat man gerade gesehen könnt ihr das spiel mal sehen wer gewinnt ok los geht ronaldo fängt gleich mal an gekommen wo schießt er hin und deswegen den hast du schießt er kann ich eigentlich gar nicht so gut geht er geht rein oh den haben wir neymar macht ihr rein wir den halten dann sieht es gut aus für uns aber die müssen wir erst mal halten genau da ist eiskalt rein was gewinnt er das ding jetzt im elberschießen da was spannung steigt hier und dann auch genau der wieder rein und das ist der entscheidende schuss gareth bale gegen testigen mann machen will bale macht den eiskalt einfach in die ecke kommt anderes iniesta ja den hat der ok nochmal was denn der groß 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 so jetzt muss er treffen mit piqué alter ist das hier spannend ja er schießt an den posten er hat schon wieder pech einfach schon wieder pech alles klar komm was gesagt mach ihn einfach rein marcelo eisekalt alter ist das hier krass bus geht's junge in die ecke ich habe ich einfach den muss ich jetzt rein machen was passiert hier okay die spannungszahl was ist hier eigentlich alles los was ist er gewonnen oh mein gott zum ersten mal heute glaube ich lag in diesem spiel und wir gewinnen das ding keller und na was oh mein gott hat ja den einleger hat er so krass probiert als wir ihn verschossen haben wir sagen aber war schon verdient aber nun ja was wenn wir machen also checkt das video auch noch mal bei ihm ab so wir sehen uns dann brauchen wir im nächsten video wahrscheinlich wieder trainer karriere mal fc liverpool und jetzt tschau haut rein